Ja, ihr seid tatsächlich richtig bei Sandys Happy Place. Auch mal mit diesen Farben. Wenn ihr Lust habt auf diese Deko-Idee, dann bleibt dran. Bis gleich! Heute habe ich eine Dekoration für euch, die für mich auch einzigartig ist, weil ich noch nie mit orangefarbenen und lilafarbenen Blumen dekoriert habe. Diese Ranunkeln habe ich geschenkt bekommen und diese Jahrzehnten hatte ich schon da. Da habe ich diesen Versuch gestartet, das mal etwas zusammenzubringen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dieser Dekoration. Ich habe hier ein kleines weißes Holzhäuschen oder ein kleiner Balkon, wie man es nennen mag. In die Mitte habe ich Stiefmütterchen in lila reingesetzt. Ihr könnt es hier sehen. Dann habe ich Reagenzgläser und zwar vier Stück platziert. Zwei links, zwei rechts. Gefüllt habe ich die mit Eukalyptuszweigen. Hier hat Zinten in lila und diese orangefarbenen Ranunkeln, wie ihr sehen könnt. Dann auf der rechten Seite habe ich in diesem kleinen Metallkörbchen oder Übertopf diese lilafarbenen Hiazinden rein. Dann noch einen Strick gebunden und mit dazu gesetzt auf einer Baumscheibe. Hier noch ein paar moosbesetzte Äste dazu und einen Kerzenständer, den ich mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und dazu ein kleines Stiefmütterchen noch reingesetzt. Das ist natürlich farblich jetzt mal was ganz anderes. Aber ich denke, etwas Abwechslung tut gut. Und man kann natürlich jetzt zu dieser Jahreszeit auch richtig frische auf dem Tisch gebrauchen. Und von dem her dachte ich mir, ich teste das jetzt einfach mal aus. Bei der Kleidung hat man auch oft orange mit lila kombiniert. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut gelungen. So, dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Eure Sandra So, dann sage ich mal Tschüss und bis bald. So, dann sage ich mal Tschüss.